Welch ein Fortschritt. Der Maschine sei Dank. Die Maschine somit. Wusstest du das? Die Maschine entwickelt sich weiter. Die Maschine macht Fortschritte. Die Maschine hat große Gnade bewiesen. Theoretisch war die Maschine nach wie vor eine Schöpfung des Menschen und damit sein Werkzeug. Praktisch aber wurde sie von allen als etwas Göttliches verehrt. Nicht mehr lange und die Maschine steht still. Untertitelung des ZDF für funk, 2017